Hey ho und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo Und zwar geht es um gestern, also gestern war ja wirklich ein Katastrophentag Es lief eine Menge schief mit dem Camtasia-Ding, ich hatte da eigentlich ein Impfvideo gemacht Das war auch 5 Sekunden draußen, da hab ich es aber wieder gelöscht, weil ich da falsches Scheißzeug gelabert hab Ähm, ja, also gestern, für alle nochmal heute zum Mitschreiben Gestern hat Camtasia rumgespackt, ich habe stundenlang dieselben Videos gerendert, um die hochzuladen Dann hab ich mich auf Facebook entschuldigt, dass es nicht ging, dann hab ich es doch nochmal versucht, hab es doch hinbekommen Hab mein PC neu gestartet, bla bla bla, dann hab ich es hochgeladen, dann halt mal das Problem, das hatte ich auf Facebook schon erklärt Dass ich Torchlight dann zum Beispiel komplett fertig hatte Torchlight aber leider dann durch Internetprobleme nicht mehr hochgeladen werden konnte Minecraft war von Camtasia zerrendert worden, das habe ich erst mitbekommen, als es hochgeladen wurde Weil es dann auf einmal ziemlich schnell ging, die Folge war gestern nur 2 Minuten lang Ich hab mir aber gedacht, ich möchte es euch trotzdem nicht vorenthalten Hab ich auch im Video nochmal beschrieben Äh, deswegen gab es gestern nur eine 2 Minuten Folge, das tut mir leid Und heute hab ich mitbekommen, durch diesen ganzen Stress, hab ich dann auch tatsächlich noch zu The Forest Folgen vertauscht Also es kam gestern die von heute Und heute wird dann die von gestern kommen Es tut mir so leid, ich war gestern so fertig mit YouTube einfach nur nach dem ganzen Stress Dass ich, ich war total durch Es tut mir sehr leid, heute ist alles wieder regulär, heute kommt alles wieder nach oben Und verzeiht es mir bitte und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag heute Mit Let's Blaze von Dingens Tschüss